Heute zeigen wir euch mal die Bad Nauheimer Fußgängerzone. Wenn es euch gefällt, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal. Viel Spaß mit unserem Video. Wir gehen einfach mal die Fußgängerzone runter. Schön hier. Geschäfte, jede Menge, Modegeschäfte, Pizzerien, kann auch draußen sitzen. Wir gehen einfach mal durch, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wasmann wird gerade beliefert. Hier geht es Richtung Chorpark. Da wo der LKW jetzt steht, in die Richtung geht es in die Hauptstraße rein. Viele Kneipen, Vollkneipen. In der Bäckerei. Ein Kaufhaus gibt es ja auch noch. Mittlerweile auch selten. In Friedberg gibt es keins mehr. Das Kaufhaus Weihrauch hier. Einige Bad Nauheimer werden den Eingang noch kennen. Ältere Bad Nauheimer. Hier war mal eine Diskothek drin. Wer weiß noch, wie sie hieß? Na? Wie hieß sie? Genau, das Lorbas. Wir haben einen Douglasladen. Hier wird leider gebaut. Da kommen wir jetzt nicht runter. Hier geht es hin zum Brunnen. Das ist auch eine Weinkneipe. Lohnt sich auch mal hin zu gehen. Lohnt sich auch mal hin zu gehen. Hier sind wir beim Fotopost. Also beim Fotostöber. Damals Fotopost. Und da, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, steht meine zukünfte Kamera. Vielleicht kann ich mir die ja mal leisten irgendwann. Aber dazu muss ich noch ein bisschen sparen. Aber ihr könnt mir beim Sparen, also was heißt mir, ihr könnt uns, dem Team, beim Sparen auch ein bisschen helfen. Denn ihr dürft uns gerne eine Kleinigkeit spenden, wenn ihr das wollt. Ihr müsst das nicht. Unten in unserer Videobeschreibung findet ihr den Link. Den PayPal Link. Damit könnt ihr uns gerne ein bisschen helfen, wenn ihr das möchtet. Außerdem haben wir noch ein paar schöne Kaufempfehlungen von Amazon. Für euch. Da dürft ihr auch gerne mal draufklicken. Damit helft ihr uns auch ein bisschen. Vielleicht ist ja auch was dabei, was ihr gebrauchen könnt. Ihr könnt das direkt über unsere Seite bestellen. Gibt zwar noch keinen Rabatt. Aber das, was wir da teilen oder einstellen auf der Seite, nutzen wir teilweise auch selber. Oder es wird halt noch gekauft. Ja, hier haben wir jetzt die Karlstraße Richtung Friedberg. Da haben wir die Karlstraße Richtung großen Park. Gehen wir einfach mal weiter runter. Ach Leute, es ist herrlich. Es wird wieder warm. Endlich. Es war lang genug kalt gewesen. Jetzt wird es endlich wieder angenehm warm. Man kann wieder mal vor die Tür gehen. Da haben wir auch noch ein paar schöne Geschäfte, wo man wirklich mal reingehen sollte. Geht der Tee gut. Nicht jeder Manns Sache meint es jetzt auch nicht unbedingt. Und hier bei der Sparkasse endet dann unser Video auch schon. Und dann, ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Abonniert den Kanal. Gerne könnt ihr uns auch eine kleine Spende da lassen. Würde uns sehr helfen. Und guckt mal bei unseren Amazon Links rein in der Videobeschreibung. Okay. Und bis zum nächsten. Bis zum nächsten Mal.